Hey, hier ist euer Julian und ich habe hier die Fender FA15 WN Red. Heißt so viel wie Weinrot. Ist eine 3 Viertel Gitarre, weil für 4 Viertel hat es nicht gereicht und die Gitarre sieht sehr schön aus und ist auch gar nicht so teuer wie der Name Fender und auch das äußere Design vermuten lässt. Jetzt spiele ich sie einfach mal an. So, damit ihr was seht. Ein bisschen räumlicher Sound noch. Musik Ja, die Gitarre habe ich ausgepackt. So kam sie an. Ich habe sie nicht eingestellt, einfach nur gestimmt. So wie sie jetzt ist, kam sie bei mir an und ja, ich werde sie definitiv behalten. Ist eine coole Gitarre und ein paar Kleinigkeiten gibt es zu sagen. Die Saiten haben ein paar Nebengeräusche. Das liegt aber an den Fender Coated Strings. Die sind bekannt dafür, ein bisschen zu quietschen und so ein bisschen unnatürlich zu klingen. Das könnt ihr natürlich ändern, indem ihr neue Saiten aufzieht. Aber ja, ich habe auch schon eine Aufnahme damit gemacht zu einem neuen Song von mir, der hoffentlich bald rauskommt. Und ja, den Song verlinke ich auf jeden Fall. Dann könnt ihr auch hören, wie die Gitarre in einem fertigen Mix klingt. Und ich spiele noch ein bisschen und die könnt ihr ja mal ausprobieren. Und ja, den Song verlinke ich auf jeden Fall. Und ja, den Song verlinke ich auf jeden Fall.